die in den ganzen Sommerferien nicht freinehmen können. Urlaub, riesengroßes Problem. Also eigentlich ist für einen Zeitarbeiter Urlaub im Sommer eigentlich fast ausgeschlossen, weil dafür ist ein Zeitarbeiter da, um die Urlaubslücken zu überbrücken. Es gibt keinen geplanten Jahresurlaub oder so. Das ist ganz selten bei den Zeitarbeitern. Weil den Zeitarbeitern innerhalb der ersten sechs Monate ohne jede Angabe von Gründen gekündigt werden kann, nimmt Ringo vieles in Kauf und wehrt sich nicht. Nur ja, nicht negativ auffallen. Die Sorge, arbeitslos zu werden, ist so groß, dass er sogar arbeiten geht, wenn er seine Gesundheit dabei aufs Spiel setzt. Man hat sich einfach dermaßen arg angewöhnt, krank arbeiten zu gehen. Das ist einfach schon drin. Ich zum Beispiel muss mich betteln lassen von meiner Frau oder von meiner Mutter. Mensch, bleib doch zu Hause, du kannst doch gar nicht mehr richtig arbeiten. Aber ich bin schon mit... Also generell bei Erkältungskrankheiten... Also ich kenne keinen Zeitarbeiter, der da zu Hause bleibt. Es ist so ein geflügeltes Wort, ja. Bei Grippe und Schnupfen geht man natürlich trotzdem arbeiten, weil es irgendwie... dass man schon schief angeguckt wird, wenn man nicht arbeiten geht mit einer schweren Erkältung. Und das ist schon so eine Angewohnheit, die man gar nicht mehr mitkriegt. Dass man irgendwie im Kopf verdrängt, zum Arzt zu gehen. Dass das überhaupt gar keine Frage ist. Man geht einfach arbeiten, wenn man krank ist und gut ist. Man verschleppt halt jede Erkältung, bis der mal richtig knallt und man richtig im Bett liegt. Aber so lange macht, zieht man durch. Weil man einfach auch immer Angst hat, abgemeldet zu werden. Weil man weiß nicht, was danach kommt. Auch Harald geht in den fünf Jahren als Zeitarbeiter trotz verschiedener Beschwerden nicht zum Arzt. Raucht zu viel und nimmt aus Frust 50 Kilo zu. Als er eines Tages vor Erschöpfung zusammenbricht, sagt ihm die Ärztin, dass er Diabetes hat und sein Leben radikal ändern muss. Zurück zur Zeitarbeit könne er auf keinen Fall. Harald lebt jetzt von Arbeitslosengeld und den Rücklagen aus seiner Zeit als festangestellter Koch. Er will noch einmal neu anfangen und bewirbt sich in über 300 Restaurants und Kantinen. Doch er erhält nur Absagen mit der Begründung, er sei zu alt. Ich hätte nie gedacht, dass ich so eine Schlittenpartie hier mache. Wo das Alter vorrangig ist. Das heißt also praktisch so, wenn ich die 50 erreiche, kann ich mich schon staatlich einschläfern lassen. Und das ist irgendwo traurig. Harald will etwas gegen die unwürdigen Arbeitsbedingungen der Zeitarbeiter unternehmen und sucht Verbündete. Über die Gewerkschaft hat er Kontakt zu Sigrid bekommen. Sie ist gelernte Näherin und hat als Zeitarbeiterin schon einiges erlebt. Ja, also weshalb ich jetzt aufgehört habe bei der Zeitfirma, ist ganz einfach, was ich letztes Jahr so erlebt habe, das grenzt schon an richtigen Wahnsinn. Wenn ich da jetzt mal so ganz kurz erzähle, dass ich einen Unfall hatte und ich konnte deswegen nicht arbeiten. Ich hatte, fing es Sonntag musste ich, fing es Montag musste ich eigentlich arbeiten. Da habe ich den Chef angerufen. Ich sage, ich kann nicht, ich habe einen Unfall gehabt. Und da hat er mir dann gleich am anderen Ende erzählt, ja, jetzt haben sie mir einen Feiertag versaut. Dann wurde ich dann gezwungen, also von der Firma, dass ich unterschreibe, dass ich einen unbezahlten Urlaub nehme. Ich wurde gezwungen, das so aufzusetzen, meine Unterschrift runterzusetzen. Also ich meine, ich hätte mich früher im festen Arbeitsleben davon auch gesträubt, aber dann da drin, man hat sich total verkauft. Und so war das ja bei dir auch. Also man sieht ja nur dieses Weiterkommen, diese Existenz. Oder man ertappt sich ja dann selber schon. Also praktisch, dass man ja morgen schon anruft, na, habt ihr was für mich? Irgendwo so auch freiwillig so seine Arbeitskraft anbietet. Und sagt man, ich will da durch, obwohl man weiß, dass man verheizt wird. Harald will eine Selbsthilfegruppe gründen, um sich und anderen zu helfen. Aber auch, um sich sinnvoll zu beschäftigen, damit er nicht in die Depression abrutscht. Außerdem hat er angefangen an seinem 1. Kochbuch zu arbeiten. Journalisten vom örtlichen Regionalblatt helfen ihm dabei. Was ist das hier, Harald? Das ist ein Mousseau Brokkoli. Im Sommer soll das Buch mit seinen Lieblingsrezepten erscheinen. Vielleicht ist das ja eine neue Perspektive für ihn. Das wird mit Sicherheit ein Bombenerfolg. Das denke ich auch. Für alle. Wir sehen uns ja hier sowieso. Weiter dran, gell. Bis später. Bis später. Bis nachher. Ringo's letzter Tag in dem Betrieb, in dem er ein halbes Jahr gearbeitet hat, ist zu Ende. Die Krise in der Autoindustrie ist bei den Zulieferern angekommen. Als erstes werden die Zeitarbeiter entlassen. Ringos Zeitarbeitsfirma hat ihm schon gesagt, dass sie ihn auch kündigen wird. Ich bin eigentlich erstaunt, wenn ich das als gewisse Normalität auffasse, weil man es gewöhnt ist, zu Weihnachten abends loszuwerden. Aber es ist schon düster. Man weiß schon jetzt, was man vom Amt bekommt, dass es nicht reichen wird, dass man sich wieder Geld borgen muss, dass man sich wieder in so ein Loch einstürzt und irgendwie wieder nach vorne anfangen muss. Die Zeitarbeitsfirmen erhalten für ihre Arbeiter von den Betrieben einen deutlich höheren Stundenlohn, als sie ihnen ausbezahlen. Mit diesem erwirtschafteten Gewinn soll die Zeitarbeitsfirma ihre Arbeiter auch dann bezahlen, wenn es mal keine Aufträge gibt. Doch die Realität sieht anders aus. Durch die Anschaffung nach Pavels Geburt hat Ringos Familie ihren Dispo-Kredit von 1.500 Euro ausgeschöpft. Jetzt sucht Ringo verzweifelt nach Möglichkeiten, die Ausgaben zu verringern und holt sich Rat bei einem Schuldenberater. Denn ab nächsten Monat hat die Familie mit Melanies Gehalt, dem Kinder- und Arbeitslosengeld, nur noch 1.400 Euro zur Verfügung. Dann kommen wir zu den Ausgaben. Miete? 414 Euro. 414, einschließlich? Also warm oder kalt? Nein, das ist eine Ofenheizung. Und da kann man rechnen, alle zwei Jahre 250 Euro. Also 125 im Jahr. Zeitung, haben Sie da irgendwelche Abos? Kaufen Sie relativ regelmäßig? Oder, weiß ich, immer am Wochenende die Zeitung? Oder, weiß ich, eine Fußballzeitung? Oder gar nichts? Haben Sie ein Auto? Nein. Nicht. Immer noch nicht. Vorbildlich. Sind 527 Euro, die Ihrer Familie übrig bleiben. Für Lebensmittel, also Essen und Trinken. Dann für Kleidung, Hygieneartikel. Da denke ich vor allen Dingen auch an die Windeln. Dann alles, was Freizeit betrifft. Und da denke ich mal, das ist nicht allzu viel. Da sieht man auch, wie weit man sich schon selber runtergestuft hat und gar nicht mehr mitkriegt. Ja, ich meine, Sie haben nicht mehr Geld und deshalb haben Sie sich irgendwie daran gewöhnt. Und deshalb werden Sie auch früher oder später aus Ihrem Dispo nicht rauskommen. Es ist nicht möglich, da rauszukommen. Jedenfalls nicht mit diesem Einkommen. Denn mit 527 Euro auf Dauer im Monat ist ein menschenwürdiges Leben, aus meiner Sicht zumindest, nicht möglich. Mehr sparen geht also nicht. Um nicht noch zusätzliche neue Schulden zu machen, muss Ringo jetzt dringend wieder Arbeit finden und dafür alles versuchen. Ja, guten Tag. Ich rufe wegen Ihrer Internetannonce an. Ich habe gelesen, dass Sie Produktionshelfer suchen. Ist das aktuell? Ich habe im Internet gelesen, Sie suchen Produktionshelfer. Ich rufe wegen Ihrer Internetannonce an. Sie hatten da geschrieben, dass Sie noch Produktionshelfer suchen. Ja, wie schaut es aus? Kann ich denn rumkommen oder soll ich Ihnen die Unterlagen schicken? Alles klar, ich schicke die Bewerbung rum. Bewerbungsunterlagen zuschicken, ja? Gut, dann schicke ich Ihnen einfach mal die Bewerbungsunterlagen zu. Online bewerben. Dann mache ich das gleich fertig. Es geht um Ihre Anzeige im Internet wegen Produktionshelfer und Arbeiter. Ob ich da mal rumkommen könnte oder Ihnen meine Unterlagen schicken könnte? Online bewerben. Auf Ihrer Homepage. Ich schicke meine Bewerbungsunterlagen zu und Sie rufen mich dann gegebenenfalls an. Alles klar, danke schön. Tschüss. Früher genügte meist ein Anruf und Ringo wurde noch am selben Tag eingestellt. Heute konnte ihm, dem gelernten Maurer und Facharbeiter, keine der 20 Zeitarbeitsfirmen eine Arbeit anbieten. Wie ist es für Ringo, wenn er hört, dass Leiharbeiter manchmal auch als moderne Sklaven bezeichnet werden? Ich glaube, der Zeitarbeiter ist weiter schlimmer als ein Sklave dran. Weil in der Sklaverei war es ja so, dass der Sklavenbesitzer seinem Sklaven das Essen gegeben hat, die Wohnung gegeben hat, dass der Sklave eigentlich seine soziale Sicherheit gehabt hat. Er hat halt seine Arbeit gehabt und anders an hat sich der Sklavenbesitzer gekümmert. Der Zeitarbeiter hat diese Sicherheit nicht. Also eigentlich viel schlimmer als ein Sklave dran, kann man sagen. Also generell der Arbeiter. Beim Zeitarbeiter ist es halt noch schlimmer, weil er noch schneller rausfliegen kann. Dann wird er einfach jemand, der nichts weiter hat als seine Arbeitskraft, die er verhökern muss. So teuer wie möglich. Und da wie auf einem Markt, wie so ein Marktschreier steht und sich anbieten muss. Und wenn er genommen wird, hat er Glück. Und wenn er nicht genommen wird, dann hat er Pech. So wird es darstellen wie jemand, der was Fall bieten muss, sich selber ständig. Auf einem schlechten Markt, wo nicht viel läuft, wo die Preise runter sind.